Willkommen beim 24-Stunden-Nachrichten-Kanal. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Sie strahlen mit der Sonne um die Wette. Andi Borg und seine Birgit können ihr neues Glück kaum fassen. Auch nach 22 Ehejahren wächst ihre Liebe von Tag zu Tag. Der Rausch der Liebe lässt beide fliegen, aber damit hat wirklich keiner gerechnet. Im Jahr 2015 war der sonst so fröhliche Musiker in einem tiefen Tal der Tränen angekommen und heute seine Musiksendung Schlagerspaß mit Andi Borg im SWR ist mittlerweile mehr als nur eine unbeachtete Fortsetzung des Musikanten Stadel. Aber dass es so gut ankommt damit hat er selbst nie gerechnet hat er uns verraten Der Sänger lässt wie immer seinen Charme spielen, die Zuschauer danken es mit guten Einschaltquoten. Über eine Million zu sehr waren es zuletzt. Er hat einen Brief bekommen wo er seine Einschaltquoten bekommen hat und ihm sind die Tränen gekommen nie hat er damit gerechnet auch seine Frau Birgit ist in Tränen ausgebrochen vor Freude weil es so gut läuft bei ihm. Zwei. Wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020